Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 8.03.2021. Und unser DAX hat hier nochmal ein paar Schrauben nachgezogen. Zum Freitag hat quasi nochmal alles überprüft, ob es sitzt, fest ist und wackelt. Jetzt muss noch Stecker rein und dann können wir wieder Raketenbilder zeigen. Ganz zu zuversichtlich sollte man nicht sein, oder was heißt zuversichtlich, ganz zu optimistisch sollte man nicht sein. Wir haben schon viele Enttäuschungen auf den Niveaus erlebt, immer wieder recht zuversichtliche Aufwärtsgaps gesehen, die dann wegverkauft wurden. Aber wir müssen auch mal ganz klar sagen, er spielt hier noch mit halt. Wir können ja mal gucken, was wir gestern gesagt haben. Wir sind gestern, wo sind wir rausgekommen? Am Freitag war der 5. März, das heißt, wir hatten das hier zum Donnerstag noch stehen gehabt. Und haben dann eigentlich gesagt, also grundsätzlich könnt ihr hier unten nochmal rum und dann wäre wichtig, ob er sich von unten an der 9.50, 9.60 nach unten dreht. Tut er das und drückt sich richtig von dort nach unten weg, wäre dann sogar in den Gap-Close rein hier unten was drin. Ich hatte aber auch gesagt, dass ich mir eher vorstellen kann, dass die sich sogar wieder fangen und dass er sich zum Abend raus dann hier in diesen Bereich reinschiebt, zwischen 14.50 und 14.100. Einfach, um dann für den Montag eben das Aufwärtsgap vorzubereiten, um hier, ich sag mal, noch, ich will nicht sagen, verdeckt zu agieren. Aber einfach, wir haben es ja konkret so gesagt, dass es vollkommen ausreichend wäre, wenn er sich zum Freitag erstmal hier hinlegt, um einfach das Abwärtsmomentum auszubremsen und ein grüne Tagesherz zu stellen. Und dann kann er den Montag den Rest probieren. So, jetzt kommt Montag, ja, wo müssen wir jetzt hier quasi gar nicht so viel machen an der Analyse, denn grundsätzlich sollte das auch allen klar sein. Wenn ihr die letzten Analysen verfolgt habt, könnt ihr euch denken, was jetzt hier kommt und das wäre dann quasi weiter aufwärts. Ich würde mal hier die Linie noch mit reinrücken, das war ja letztendlich, dass man das nicht falsch versteht, das war ja schon gelaufen hier, was wir hier hatten. Dieses einmal an den Trend, an den Trend, an den Trend, zack, zurück und oben an die 1.80, das haben wir ja gesehen. Ich muss aufpassen, dass die Linie hier auch sieht, das hat er ja schon durchgehabt. Was jetzt quasi noch fehlt, ist dieses richtige, dieses richtige oben raus, eben in die 2.50, 2.70 rein. So, und das Potenzial hat er jetzt einfach zum Montag. Das ist nicht von der Hand zu weisen, das ist auch für jedermann erkennbar. Und demzufolge wird das sehr, sehr, sehr interessant, ob er es dann überhaupt auch macht halt, ne, oder ob er uns wieder plus hier einen Aufwärtsgap bringt. Arndi vielleicht 1.30 dran, ne, das, ihr erinnert euch, das hatten wir hier irgendwann mal die Tage, wann war das gewesen? Da haben wir auch gesagt, Aufwärtsgap an 14.60 hier. Könnt ihr euch erinnern, haben wir auch gesagt, 14.60 und dann Rakete zünden. Das war der 24. Februar, das war vielleicht sogar auch ein Montag gewesen. Ähm, ne, war es nicht, dann ist egal. Ähm, aber da haben wir auch schon gesagt, ne, wenn er Aufwärtsgap an die 14.60 dran bringt, könnt ihr schöne Rakete stellen. Das ist jetzt hier ähnlich wieder, er muss ja eigentlich nur über die 14.100 das Gap stellen, ne, also das muss gar kein großes werden. Dann über die 14.100 ein Aufwärtsgap und das wäre Breakaway Gap und so weiter. Könnte man sogar ein kleines Runaway, ne, Runaway noch nicht, aber ein Breakaway Gap wäre es zumindestens. Und das könnt ihr erst mal ein bisschen Aufwärtspotenzial freisetzen. Das heißt, gelingt dem DAX über 14.100 zu schlagen, wäre die 14.140 wieder dran. Dann die 14.180 und als nächstes dann eben der erste Bereich hier um 14.2.60. Gibt er sich besonders viel Mühe, macht er sich natürlich über die nächsten Tage, das haben wir im Tagesschart die Route drin, auch nach oben dann noch mehr frei. Ja, also das heißt, wenn er wirklich am Montag oben rausläuft, dann sollte man auch ruhig noch ein bisschen was nach oben raus einplanen, was dann zum Dienstag hinterher kommen kann. Trotzdem ist es wichtig, dass wir auf dem Niveau jetzt nicht übermütig wären und nicht Risiken vollkommen außer Acht lassen. Das wäre jetzt auch fatal. Wir gucken uns deswegen ja immer in der Analyse auch beide Seiten an. Und es ist halt einfach so. Wir haben sonst wie viele Aufwärtsgap die letzten Wochen immer wieder in dem Bereich gesehen. Die wurden alle immer wieder kaputt getreten, immer wieder. Hier hat er mal eins gemacht, das sah ja mal ganz zuversichtlich aus, bis knapp vor die 200 ran. Da war schon absolut bullige Überzeugtheit. Also auch wenn ich da so bei mir an den Chat denke, da habe selbst ich dann schon von weit größeren Zahlen gesprochen. Andere haben gesagt, nee, hier darfst du nicht shorten und so weiter und so fort. Und dann ist da komplett nochmal die Rutsche runter. Also zu optimistisch, ist auch nicht gesund. Irgendwo dazwischen muss man versuchen, sich so eine neutrale Situation zu verschaffen, damit man eben auf beider Seite halt gefeilt ist und auch an den richtigen Stellen dann mal einen Teilverkauf zum Beispiel einfach macht. Einfach mal einen kleinen Gewinn realisiert und wenn der Markt dann halt doch wieder komplett zurückkommt, kann man sich die Position auch wieder einladen, wenn es dann passt halt. In dem Moment, wo man nur mit voller Überzeugung drin ist, ist das nie gut. Weder in die eine noch in die andere Richtung halt. Das bringt einem nur Vorteil, wenn man dann auch wirklich richtig liegt und dafür liegt man einfach nicht immer am Markt richtig. Und wenn man dann mit voller Überzeugung mal komplett daneben liegt, dann tut das meistens richtig weh. Ja, von daher versuche ich euch auch immer ein bisschen das so mitzugeben, dass wir uns wirklich mit beiden Seiten beschäftigen. Nicht nur die eine sehen. Für mich ist es eine recht eindeutige Vorlage nach oben am Montag. Da muss ich nicht viel großartig drumherum quatschen. Das habt ihr aus den letzten Videos so mit rausgenommen. Irgendwann kommt dieses eine Gap, was offen bleibt. Ich könnte es mir sehr gut am Montag jetzt vorstellen. Es würde gut reinpassen, aber es wäre auch nicht die erste Situation, wo das eben so schon wäre. Da erinnere ich mich sehr, sehr, sehr gut an dieses Aufwärtsgap hier. Da hätte es auch super gepasst. 1a. Und dann hat es den bis auf ein neues Tief runtergetreten halt. Und deswegen einfach ein bisschen aufpassen. Positiv, long, der DAX in diesem Sinne auf jeden Fall, wenn er drüber bleibt, wenn das Aufwärtsgap kommt, er das offen lässt, er nur flach zur Seite steigt und dann weiter nach oben anzieht. Das sind für mich kleine Longs, kleine Longchancen. Bis dann in den ersten Zielbereich mal rein. So 2,50, 2,80. Das wäre eine schöne Anlaufstelle. Da drüben haben wir so eine kleine 3,30. Dann schon 14,400. Und 14,450, die dann später kommen. So, das wäre jetzt meine erwartete Richtung hier. Kriegen wir das aber nicht. Und dann geht es schon los. Sollte der hier zum Beispiel einfach bloß so reinstechen und dann 39 komplett umkippen, das Gap zumachen und auch weiter taumeln. Ja, dann lassen wir ihn nach unten laufen. Dann war das vielleicht hier ein erster Stoß. Dann ist das eine Korrektur und dann kommt hier nochmal ein Schlag nach unten. Und dann ist weiterhin hier dieses Gap unten zu sehen. Denn ich würde so unter, ich würde dann glaube ich schon unter 69, unter 59 versuchen da reinzuziehen. Ja, also ich würde fast dann das hier als Trigger mitnehmen und einfach nochmal neu ansetzen und sagen, okay, wenn er jetzt hier das Ding halt einfach nach unten nochmal holt später, ich hoffe das erkennt man so, das ist trotzdem nur legitim. Ja, das heißt in dem Moment, wo er vielleicht später hier drauf zurückkommt, hat er noch nach wie vor diese Option, einfach das Ding nach unten durchzutreten. Und in dem Moment, wo jetzt alle davon überzeugt sind, dass das nach oben rausgehen kann und er macht es dann nicht, dann wird auch die Enttäuschung groß sein. Auch von vielen, die vielleicht gekauft haben. Vielleicht vielen, die hier long drin sitzen halt oder von den größeren Jungs, die long Positionen aufgebaut haben. Wenn er dann wieder nicht liefert, dann kriegen die vielleicht einfach, dann sagen sie vielleicht, okay, dann ziehe ich mich hier erstmal wieder zurück und warte, bis er wirklich raus ist. Und dann könnte das durchaus noch eine kleine Erschöpfungswelle geben, die dann etwa dieses Ausmaß hätte, was der hier hat, was die Bewegung hat. Und das waren, können wir mal kurz gucken. Das waren noch, das waren, na, das waren hier knapp 320 Punkte, wenn ich das jetzt richtig sehe. 320 Punkte, ja. Und die 320 Punkte, die könnte er dann von seiner Eröffnung, wenn das jetzt über 14.100 ist, nach unten legen. So, und wenn wir da sagen, 320 Punkte, von hier oben vielleicht, dann sind wir etwa hier am Gap-Close-Niveau. Also, das passt auch richtig gut. Ne, und deswegen einfach ein bisschen aufpassen, denn wir haben jetzt erstmal, oder ich habe ganz konkret die Erwartungshaltung, die sich wirklich nach oben raus liefert. Und zwar in dem Ausmaß. So was, das wie sowas hier noch nach oben loszuschlagen. Nicht von hier beginnen, das hat dann schon hier begonnen. Ja, das hier, hat dann schon hier begonnen. Das ist quasi der erste Schlag gewesen, den haben wir von hier nach da gesehen. Das ist jetzt der zweite, das ist das, was hier runter kam. Und jetzt würde man sowas erwarten, hier halt. Ne, wirklich mal einen schönen Anstieg über ein paar Tage. Das wäre meine ganz klare Erwartungshaltung. Und wenn ich das aber vom Markt nicht bestätigt sehe, dann wäre das für mich durchaus ein Grund, es vorzusuchen. Wenn zum Beispiel, er kommt gut rein, dann kommen wieder lange rote Kerzen, der Xetra startet schwach rein, kommt absolut keine Stärke rein, die Kerzen sind über den ganzen Tag schwach, von Stunde zu Stunde rutscht er immer weiter tiefer. Dann wäre für mich wirklich so das erste Ziel eben hier der Bereich um 14.50. Aber ich glaube, das wird dann bloß ein kurzes Zwischenziel. Und dann denke ich, würde er weiter rutschen. Dann würde er sich hier ein bisschen aufhalten. Das kann durchaus dann auch erstmal für den Montag schon reichen. Glaube ich nicht, aber das wäre nicht ungewöhnlich. Montag dann hier aber erstmal Pause macht und dann den Rest zum Dienstag ein bisschen runter schrubbt. Auch das wäre möglich. Aber das sieht man, das sieht man sehr klar, wenn er einfach hier oben jetzt nicht lief. Weil er muss direkt eigentlich schon, der muss 39 letztendlich schon fast hier oben stehen halt. Das ist so. Und wenn ich das nicht in der Erwartung sehe, dann würde das hier auch reinpassen, dass wir hier nochmal so eine Welle wie die hier einfach von hier ein bisschen weiter oben sehen. Und die hätte dann eben hier diesen Gap-Close als Ziel. Und das auch recht genau sogar. Insofern, wir werden nicht zu übermütig, auch wenn wir wirklich eine hohe Wahrscheinlichkeit jetzt auf der Oberseite bekommen. Damit er dann nicht dasteht und nur dumm aus der Wäsche guckt, wenn er sich dann eben doch nach unten wegdreht. Also gut, das ist soweit meine Erwartungshaltung. Wie gesagt, Bild für mich technisch gesehen eher jetzt auf der Long-Seite. Montag dann mit unheimlich guten Chancen oben raus. Das ist trotzdem so. Ich habe keine Glaskugel. Ich weiß nicht, was kommt. Und deswegen sollte man sich, ich, ihr, sollte man sich einfach auf die andere Seite mit einstellen, dass man dann nicht zu den Gelackmeierten gehört, wenn es dann eben nicht so kommt. Und auch im Tagesschau, der gibt schon da oben gut Futter. Aber hier wird es auch nicht wundern, wenn er an der 14.140 bloß das obere Band anschlägt und dann wieder umkippt. Wird aber auch gut passen, wenn er hier einen Tagesschluss jetzt über die 14.150 setzt, dass es dann halt auch wirklich mal ein paar Punkte gelaufen kriegt. Und das muss nicht nur die 14.445 werden. Das kann durchaus auch schon einen Meter weiter gehen. Also in dem Sinne auf jeden Fall schönes Potenzial auf der Oberseite. Muss aber auch genutzt werden. Muss er kommen? Muss er liefern? Macht er das nicht, kriegen wir sehr wahrscheinlich hier nochmal eine Korrekturausdehnung von diesem angefangenen Geschiebe hier nochmal nach unten. Das gleiche. Das hätte dann hier entsprechend sein Ziel. Ja, Kryptos ansonsten über das Wochenende positiv. Das spricht auf jeden Fall schon mal für einen Aufwärtsgap. Ist nichts Garantiertes, aber sehr häufig einfach in letzter Zeit auch immer wieder zu beobachten gewesen. Wenn Abgabedruck auf den Kryptos war, war es am Montag eher ein Abwärtsgap. Und war da ein bisschen Zuversicht, dann ging es nach oben. Wir hatten ja auch im Freitagsbieter schon ein bisschen darüber gesprochen, dass der Nasdaq da auch immer so doll nach unten gezogen hat und da schon einige Werte wirklich ordentlich federn lassen mussten und das schon langsam wieder Kaufkurse werden. Und zack, was haben wir am Freitag gesehen? Die erste grüne Tageskerze im Nasdaq. Viele Werte, die ihre Ziele schon angelaufen haben, wichtige Unterstützungsniveaus angelaufen haben. Also ich glaube, von dort könnte man auch langsam fast schon wieder ein bisschen Rückenwind erwarten. Auch nichts garantiert, nichts an der Börse garantiert, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist einfach da und das sollte man ansprechen. Und für uns mit berücksichtigen. In diesem Sinne, drück schon die Daumen, dass hier vielleicht eine Rakete kommt, die ein paar Punkte mitgekriegt. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass ein Großzeiterbewegung sogar schon recht früh abläuft, schon direkt ab 8 Uhr losgedrückt wird. Ja, das heißt, sonst sage ich immer so, sollte man bis 9.30 Uhr erstmal machen lassen. Ich glaube, das könnte hier schon durchaus zu spät sein. Der wird wahrscheinlich schon vorher losdrücken und wahrscheinlich schon deutlich früher halt. Da kann man wahrscheinlich schon mal um 7, halb 8 drauf gucken, wie die vorbürstlichen Indikationen so stehen. Es ist eine schöne Vorlage, um oben rauszugehen. Also, ja, das ist einfach so. Wenn er das nicht nutzt, dann wird er verhauen nach unten. Aber die Chance, dass er es nutzt, die ist erstmal da. So, und bis das ausgekontert ist oder bis man sieht, dass er die nicht wahrnimmt, sollte man auch erstmal der Chance sein, ihre Möglichkeit geben. Und erst dann, wenn man wirklich sieht, nee, das wird nichts, das ist zu schwach, der kippt um, der drückt sich nur nach unten, der will nicht nach oben, dann, 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 dann entsprechend auch unten einfach mit ein bisschen Weitblick und Ruhe auch agieren halt, damit man da nicht draus geflaggt wird. Gut, ich würde sagen, wir machen, lassen es da hier gut sein. Wie gesagt, sollte jetzt keinen überrascht haben, die Analyse. Wir haben das gestern ganz klar besprochen, dass der DAX vielleicht zum Freitag einfach hier in den Bereich schließt, um sich das Aufwärtsgeld vorzubereiten. und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg, einen guten Wochenstart und holt euch hier ein paar Punkte halt, ne, macht den DAX ruhig ein bisschen nackig, der hat genug, um allen ein bisschen was zu geben, ne. Gut, also, ich wünsche euch Spaß und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschö.